Hallo und herzlich willkommen zu Salvers 2.0 Folge 13. Mit dabei ist der halbnackte Niklas. Ja, guten Tag. Im Gegensatz zu Rob bin ich halt wirklich komplett nackt. Nein, okay, alles gut. Okay, ich glaube, das steht ja. Okay, also, gehen wir drauf? Okay, genau, 3, 2, 1, los. Der Server ist immer noch leer. Wir haben den Plan einfach nur, ja, gut. So wie es jetzt ist, können wir unseren Plan nicht verfolgen, scheinbar. Wieso? Teams zu klatschen. Genau, wunderschön. Okay, ich wollte jetzt hier die Böden zusammenklatschen. Achso, ich habe einen. Ja, toll. Äh, Niklas? Gutes Sternbuch. Kannst du mal schauen, was du auf dieses Schwert drauf bekommst? Äh, welches Level? Äh, ey, du hast die doch. Äh, Schärfe 1 wäre schön, wenn du das kriegen würdest. Ja, bekomme ich. Dankeschön. Kannst du jetzt Schärfe 3 machen? Ja. Gut, ich gehe dann nochmal kurz selber fahren. Also, wenn es die Level 2 lassen. Das erste Folge mit Facecam und dann direkt so. Aber es musste einfach Rob zu lieben. Ich finde den Team so sympathisch, ne? Füße gehen raus. Und dann stützt den. Vielleicht verlinke ich ihn sogar, wenn ich daran denke. Der ist sehr sympathisch. Und der hat auch so eine Folge aufgenommen, wer es nicht weiß. Obergörper frei und mit gutem Bier. Ich weiß gar nicht, was für ein Bier oder ob es überhaupt Bier war bei ihm. Aber es war so eine Flasche. Ich habe mir dann extra heute eine Flasche Bier gekauft. Weil ich sonst keins hier habe. Aber für die Folge muss es sein. Ich brauche mal noch zwei Level, damit ich Schärfe 3 kriege. Ja, ich brauche auch noch ein paar Level. Aber es wird gerade Nacht. Also, vielleicht ganz praktisch. Okay. Weil es so ein Team wahrscheinlich mehr Level bringt. Ja, und vor allem auch gleich bessere Sachen. Würde ich mal behaupten. Stimmt. Ich brauche jetzt über jede Kiste von den Teams Wolle. Boah, im Ernst? Ah, hier. Ob Nedrake auch gerade auf dem Server ist? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen. Ja, er ist meistens ziemlich... Ziemlich mal drauf, wenn alle drauf sind. Ja. Okay. Oh, zwei Hexen. Vielleicht droppen sie mir noch ein bisschen close down. Okay, sehr schön. Ich habe jetzt fast ein Level 3 Schwert. Äh, Schärfe 3 Schwert. Sehr gut, sehr gut. Ich muss es nur noch verzauchen. Also zusammen. Oh, nee. Warte mal, die wirft jetzt irgendwas. Oh Gott. Ah, ich renne doch lieber weg. Ich bin jetzt zu Risky. Äh, Niklas, kannst du dich mal mit einer Hexe aufnehmen? Äh. Okay, sehr schön. Dann, ich sortiere mal noch ein bisschen Inventar. Hm. Oh Gott. Besoffen, Salvos. Salvos besoffen, Stieh. Ich habe eine Kartoffel gedroppt bekommen. Okay. Oh, ich dachte gerade, ich habe Heilung gedroppt bekommen von der Hexe. Hätte ich ja direkt wegwerfen müssen. Ach, ja. Stimmt. So. Oh, hier geht eine Pari. Da ist der Heli, ganz leise im Hintergrund. Alles. Aber es war jetzt wirklich nur ganz leise. Okay. Es ist eher so ein Zittern. Okay, vielleicht bin das auch irgendwie ich. Keine Ahnung. Nee, das ist schon der Heli. Das hört man schon, aber. Oh, ein Enderman. Oh, das wäre unsere erste Enderperle. Den kämpfe ich aber lieber mal mit dem Schwert. Das hat ja Haltbarkeit. Und es ist natürlich keine Enderperle. Alter, aber wenn ich mir die Folgen von Noah und Elias zum Beispiel anschaue, wie viel die Elias finden. Das ist unfassbar, ne? Also, die haben einen Lack. Das gibt es gar nicht. Oh. Ähm, ich farm hier Pfeile. Das ist auch sehr gut. Und natürlich Klette. Oh Gott. Der damaged mein Muskel. Geht doch kaputt, ihr Menschen. Das ist natürlich der Vorteil von Team Fit. Die haben noch eine zweite Rüstung. Die ziehen dann immer erst mal nur ihre schlechtere Rüstung an. Ja, gut. Weil das kann... Also gut, ich... Camp wäre eh nicht so professionell oder so, aber... Oh, Leute! Ich habe einen Zuckerrohr-Dings von denen gefunden. Aber das nutzen ja nicht mehr. Das ist kein Zuckerrohr mehr drin. Schade. Von hier, Team Panda und so. Hau. So. Ach nee, lass mal ein Skelett. Dann trinke ich wieder, Leute. Und die Spinne natürlich noch. So, jetzt. Bestes Sterni. Sternbock-Export, Leute. Ich sag's euch. Gutes Bier. Oh, fuck. Ich habe noch nie eine Facecam-In-Video von mir geschnitten. Das war das erste. Und noch ein Enderman. Ja, Enderperle! Das ist jetzt aber ein Enderperle. Sehr gut. Ja, ja. Ich kann's halt. Macht bestimmt... Irgendjemand muss ein Meme daraus machen. Oh, das Bild ist schon wieder ganz schön dunkel. Irgendjemand muss ein Meme daraus machen. Wäre schon lustig. Ich dachte, da steht Super-Roar. Lol. Oh, Schweine. Perfekt. Elias hat, glaube ich, Wasserläufer, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist ein großer Vorteil, ja. Sion fährt sehr so aus. Also, er war, glaube ich, schon schneller. Aber ich glaube nicht, dass es Wasserläufer 3 ist. Ich glaube, wenn, dann Wasserläufer 1. Oh Gott. Ach, Alter. Ja, da bist du. Oh, 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 Creeper. Und das Zeug ist noch unten, ne? Warte mal, wo er es ist. Ja, das war mal wieder sehr geil. Okay. Ich tue die mal lieber noch nicht in die Hotbar. Ich brauche mal noch ein Eisenswert. Ich hätte zwei Bögen, falls du sammelst. Ne, mach dir selber lieber einen, oder? Okay. Ich habe noch. Ich glaube, ich habe Hamletfleisch in den Ofen. Hast du noch? Oh, ja. Gold hast du nicht mehr, ne? Hast du gesagt. Ne. Warte mal, was ist unser zweiter Bogen hier? Okay, ich bin jetzt bei Stärke 3 Bogen. Sehr gut. Bin erst bei 2. Ähm, warte mal. Äh, du brauchst nicht verfällig einen Eisenpusspanser mit Schutz, oder? Schutz 1. Ne. Also, ich wäre jetzt quasi fertig mit dem, was ich vorhatte. Hm? Ich weiß nicht, was ich noch Besseres haben können, also noch Besseres haben kann. Boah, das ist auch Müll hier, das nervt mich schon wieder. Also, ich habe jetzt eigentlich alles. Achso, ich wollte nur noch ein Gold-Apfel geben. Ah, ja. Warte, ich komme nochmal zurück. Aber dass keiner auf den Server kommt, wenn wir drauf sind. Also, eigentlich müsste doch jeder uns als Team killen wollen. Erstens wegen dem Hass, den alle wahrscheinlich auf uns haben. Naja, doch, noch nicht. Doch, auch schon. Wegen, weiß schon, ich und Regeln. Äh, hä, habe ich nicht gerade getroffen. Ah, jetzt. Dankeschön. Ähm, also erstens wegen dem Hass und zweitens halt aber auch wegen, wir sind halt wirklich das schlechteste Team von meinem Equip her. Mit Abstand. Sehr gut. Schon interessant. Äh, habe ich überhaupt Pfeiler? Oh. Ja, 45, okay, oh lol. Okay. Ähm, ich kann ja mal, ich könnte Gravel farmen. Ich meine, ich habe jetzt eh nichts mehr zu tun. Ich brauche Level, weil ich nicht gerade nur. Ah, die Rüstung geht echt schnell down. Ich halte mich mal lieber von ein paar Skeletten hier fern. Achso. Ja, dann würde ich sagen, ich brauche mir kurz eine Schaufel und fahre ein bisschen Gravel. Dann können wir nämlich, dann kann ich Pfeile machen. Leute, das Pferd gerade, sah gerade aus wie Nettrack, Alter. Sagt gerade aus Nettrack oder was? Nur ein Pferd. Nettrack, wenn du das siehst, wüsste ich hier raus. Wo ist jetzt der Enderman hin? Ich würde den Enderman eigentlich schon noch gerne haben. Da hinten. Ah, da hinten. Ich glaube, das stirbt nicht aus. durch die Generationen. Ich hoffe, dass das Kinder in 100 Jahren noch sagen, dass alle wissen, was damit gemeint ist. Am Ende der Folge müssen wir aber alles abbauen und möglichst in der Mitte bleiben. Also nicht ganz in der Mitte, aber möglichst von der Stelle weg, wo wir jetzt gerade sind. Stimmt ja. Ich muss mal wieder Bier trinken. Glaubst du das auch so schön? Ich weiß gar nicht, ob ich aus derselben Richtung filme. Doch, der hat sich glaube ich auch so gefilmt. Wo wollten wir dann aufhören zu spielen? An welcher Stelle? Ich glaube, die Höhle ist vielleicht ein bisschen zu bekannt. Naja, da würde ich ja auf jeden Fall weggehen. Ich würde vielleicht mal in den Berg aufhören zu können. Okay. Ja, das ist gut. Ja, machen wir das gut. Okay. Dann komme ich jetzt langsam zurück. Hm? Obwohl, wie viele habe ich jetzt? Zwölf? Nein, gut, einmal mache ich noch. Stiefel. Ähm. Schuhe helfen die Stiefel oder Schuhe? Stiefel, doch sie helfen Stiefel. Wo bist du gerade? Ich bin in unserer Base. Okay. Baust du dann dem, also jetzt noch nicht, aber dann alles ab? Ja. Oder ne, ich komme wahrscheinlich hier noch ein. Ich bräuchte mal werden. Ja! Alter, könnt ihr mit raus? Okay. Schlimme Kinder, ey. Also ich habe jetzt noch 14 Feuersteine. Ja, ich bräuchte mal noch ein bisschen Level. Nur ein kleines bisschen, dann wäre ich zumindest so meiner Meinung nach, äh, um Stiefel zusammen zu craften. Alter! Wie bitte? Um Stiefel zusammen zu craften. Ja. Ja gut, ja. Äh. Also, so. Zu arm bin. Oh, ich will einen Enderman. Aber der ist, glaube ich, unter mir oder so. Ich glaube, demnächst gehen wir nicht mehr auf den Taro HDTS. Das, äh... Ich wollte eigentlich immer ein bisschen Werbung für Taro machen, weil Taro ein echt korrekter Dudo ist, aber seine Mods sind nicht korrekt. Ich hoffe, Taro schaut sich das hier an. Dann weiß er das nämlich. So, ich bin jetzt bei uns auf base. Ja. Ja, ich bin, ich komme auch gleich nochmal hin. Ey, warte mal. Was ist denn hier? Hier, ich habe noch Fleisch. Warte. Oh, danke schön. Äh, ich habe auch noch ein bisschen. Ach! Alter, könnt ihr bitte mal rausgehen? Alter! Das ist wirklich nervig. Was hast du gesagt, Chris? Äh, weiß ich gerade gar nicht mehr. Achso, ich kann die Stiefel zusammen craften. Ja gut. Okay, dann bin ich jetzt überall Schutz 2 und dir Prostanzer Schutz 3. Okay. Ich habe jetzt... Warte, ich gebe dir mal noch ein paar Pfeile, ja? Oh ja, danke. Oh Gott. Achso, die Bögen. Ach nee, nee, der ist schon. Der ist Stärke 2. Das, das kann ich so die nächsten Folgen vielleicht noch wissen. Warte, ich gehe kurz ein bisschen weg. Dann nehme ich das hier. Oder brauchst du es nochmal? Nö. Gut. Äh, ich sortiere nochmal ein bisschen aus. Ja, aber lass uns lieber erstmal zu der Stelle gehen, wo wir hin müssen. Ah ja, ja stimmt. Stimmt. Ich nehme die Öfen mit, oder? Äh, ja brauchst du nicht. Wir haben eigentlich genug, aber gut. Okay. Kohle auch? Ja, ja. Die solltest du mitnehmen. Okay. Gut, dann... Also ich würde sagen, so ein bisschen dahinter. Warte, wo bist du denn jetzt hin? Äh, hier einfach raus. Ja? Oben, oben. Also Richtung Spawn. Richtung Spawn. Ah Richtung Spawn. Okay, okay. Mach am besten... Na ja, komm erstmal mit. Wo bist du? Oben auf dem Berg, Richtung Spawn. Ja, ne einfach Richtung Spawn gehen. Komm Richtung Spawn. Geil. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Ja. Also du bist auf jeden Fall noch in Sicht weiter. Mhm. Ähm. Ja, ich würde dich einfach ein bisschen auf dem Berg, in den Berg schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Einfach so wissen, dass wir hier stehen, haben wir am Anfang gleich eine gute Übersicht. Ja. Okay. Okay. Perfekt. Äh, wer ist dran? Ich, ne? Äh, ich glaube ich war auch. Achja, stimmt. Du bist. Okay. Äh, damit endet die Folge 12 von Cybers 2.0. Wir haben einiges gelernt, zum Beispiel, dass wir uns eine andere TS suchen müssen. Ja. Ähm, genau. Also, so viel gibt es glaube ich eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Genau. Ähm, ja, damit dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao.